Es ist schon dumm, wenn man auf einem Gastank steht. Ähm, gegen die müssen wir das unternehmen. Munition. Morden. Oh, das war effektiver, als ich dachte. Morden setzt Verbrennung ein. Es war sehr effektiv. Genetik sequences. Hormone mutagen ist es still steady. Protein chains, live tissue, cloned tissue. Very thorough. Standard treatment vectors. Avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. We're not gonna find Malin staring at consults. Come on. Dead Krogan. Female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer. Steril warlock female, willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Krogan. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No? Causative. Never experimented on live, Krogan. Never killed with medicine. Her death, not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accepted as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. I didn't expect spirituality from you, Morton. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Different races. No answers. Many questions. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral. Tragic. Not guilty. But responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still. Caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Salarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn. Adapt. Improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. Could do so much more. If you need this much soul searching to get over it. Maybe the genophage was wrong. Had to be done. Brachni wars, Krogan rebellions all pointed to Krogan aggression. So many simulations. Effects of Krogan population increase. All pointed to war. Extinction. Genophage or genocide. Save galaxy from Krogan. Save Krogan from galaxy. So you're willing to sterilize a species based on the evidence of a few simulations? Yes. Millions of data points. Years of arguments. Countless scenarios. All noted Krogan fragmentation as dangerous. No unified culture to support repopulation. Would have been war. Turians and humans destroying Krogan utterly. Genophage was better. Saved lives. We need to find Malin and shut this place down. Yes. So notwendig die genophage vielleicht war. Richtig ist sie trotzdem nicht. Das sieht interessant aus. Erstmal hacken. Den Typen daneben ignorieren wir fürs Erste. Und der ignoriert uns wohl auch. Wow. Da ist so ein Ding das wir brauchen. Aber es ist nicht erreichbar. Jasper schnauert wurde. Ypten daneben. Das 한다 woche. Nöte Beidein coriander ist sie schon. Ja. Nöte Beidein ich die Blastepack wegen Krogan nodes. Nöte Beidein. Nöte Beidein. W substantial sind undNO ein Krogan� globally frontsch 느�ệ Lazarus. Das ist gesäld vereinnvat. Sprichern aus. VEntsiy Fähund Feindespiegäps Verloft. Die Krogan haben mich gefahren. Sie haben mich hier gebracht. Du bist nicht so gut, bist du verletzt? Sie haben mir... Dinge... Injektionen, meistens. Einmal gas. Das macht mich verrückt. Fieber, aches. Ich kann nicht die Essen aufhalten. Sie sind die Genophage. Schaffen sie es raus. Warum willst du sie weiterführen? Das ist meine Schuld. Ich wurde verletzt. Ich war nicht stark genug. Nicht gut genug. Das ist das beste, was ich kann machen. Das ist alles, was ich kann machen. Ich bin nicht groß genug, um eine wirkliche Chance mit den Frauen zu machen. Ich werde niemals keine Kinder von meinem eigenen. Aber wenn ich helfen, um die Genophage zu machen... dann bin ich das. Ich habe nicht gehört. Millionen Kinder werden werden. Wärlocker Kinder. Sie werden die anderen Klan zerstören. Aber... Nein. Nein. Sie sagten, dass ich die Erdnaut helfe. Wenn du willst, dann musst du zurückkommen. Aber es kostet eine wirkliche Schmerz zu machen, um zurück nach dem Kampen zu sein. Ich kann das machen. Du? Ich sagte ein Schmerz, nicht ein Schmerz, wie ein Quarier mit einem Schmerz. Ich kann das machen. Ich bin auf. Und ich gehe zum Frauenkampen. Ganz richtig. Geh zurück da und zeig ihnen, was du wert bist. Geh. Geh. Also die Paragon-Dinger sind teilweise echt cool. Das wohl am Ende von Overlord war auch klasse. Schmd, ich habe die Kräte hinterher, die unbestimmte Materialien behalten. Ein vermischtes Schmerz könnte eine große Explosion causieren. Oder ein Räuber. Schmd, ich habe die Schmerz. Ich habe die Krokenarmel. Nein! 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 Tschüss. Mhm! Oh Oh, Energiezellen, sehr schön. Come, Morden, kill it with fire. Oh, 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 oh. So, was ist hier? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Er brauchte gar keine Rettung. Was passiert, wenn die Genophage getötetet und die Krohren wiederhöhnen? Das wird auf deinem Kopf. Wir haben diese Verkaufung gesagt, dass die Krohren die Krohren verletzten, wenn ihre Bevölkerung erhöhnt. Aber schau mal die Galaxie. Betarien in der Traverse, Geth in der Citadel. Ist das ein mehr friedliches Universum? Die Verkaufung auf dein Eden-Prime nicht hätte, wenn wir die Krohren wiederhöhnen. Wir wissen nicht. Wie würde eine Krohren-Population von Krohren nicht tun, um die Saren und die Geth zu retten? Eine Krohren-Population von Krohren würde die Krohren verletzten, die Krohren verletzten, in der Traverse. Die Turian-Pleuten wären für alle militärische Aktivitäten in der Nähe. Sie könnten die Geth in der Eden-Prime verletzten. Supposität nicht möglich sein. Nichts. Wir haben versucht zu spielen mit Gott, aber wir verletzten. Wir haben nur etwas schlimmer gemacht, und ich werde es verraten. Meilen ist sicherlich nicht notwendig. Wir haben einen Weg zu retten. Was willst du machen? Wir müssen das Endeffekt. Du kannst nicht die Wahrheit ausführen, kannst du? Du kannst nicht sagen, dass dein brillantes Gehirn leidt, dich zu verletzten. Unverletzten Erfahrungen. Unverletzten Erwartungen. Unverletzten Erwartungen. Wir werden nicht verändern. Keine Wahl. Wir müssen dich töten. Warte. Du musst nicht das machen, Morton. Du bist nicht ein Verletzter. Warte. Dich. Wir sind nicht ein Verletzter. Danke, Shepherd. Yen. Meilen. Sopien. Sopien. Ohne. Projekt wird完了. Du hast eröffnet, Profesor. Sopien, bevor er sich verletzt. Er ist ein Name. Wo sollte ich hin, Professor? Keine Ahnung. Try Omega. Sie kann immer noch eine andere Klinik benutzen. Krogan haben nicht gewusst, was wir für sie gemacht haben, Professor. Genophage muss es enden. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Verrückt die Mission-Parameter. Keine Knie. Mein Fehler. Keine Ahnung. Wie geht's dir? Du solltest ihn töten. Wollte es. Viel schneller als auf den Hören. Viel schneller für ihn, auch. Neue Experimente zeigen, wie weit er fallen hat. Ich erwartet es von Krogan. Nicht einer meiner. Vielleicht gibt es den Krogan zu wenig Geld. Oder gibt es den Salarians zu viel. Possible. Sloppy-Thinking. Muss korrekt. Malan's-Research. Nur Lucent. Könnte es zu zerstören. Klausur. Sicherheit. Es ist trotzdem wertvoll. Wenn du denkst, es könnte sinnvoll sein, warum nicht aufzuhalten? Ich habe seit Jahren gearbeitet, um modifizierte Genophage zu zerstören. Malan's-Research. Malan's work could cure Genophage. Ich weiß nicht. Affects auf Krogan. Affects auf Galaxie. Too many variables. Too many variables. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here, but you see the loss, too. Waste of potential. They don't deserve this, Morten. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping. Local copy. Still years away from cure. But closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chanka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. Let's get out of here. Ich finde es ein bisschen schade, dass wir uns nicht auf Maidens Seite schlagen konnten. Weil irgendwo hat er schon recht. Nur glaub mir, ich bin besser als 10 Kroganer. Ich bin besser. Ah, Intelligent Moon. Surprising from Krogan. Glad to see it. You see that special they had on the extranet? That crap rots your brain. You should be out hunting. We're fixing something. You don't have the place to try. Watch it, human. You go beyond yourself, Gadotagu Vank. The rights of Erdnaut are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a love of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Vank. Erdnaut Rex has given us permission to seek clan status for Grunt. Permission? Hmph. That is good enough, if lacking in spirit. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Krant stands against him. He has no one. Hmph. My patience is tested, but Vank invokes correctly. Grunt. Who is your Krant? Your allies willing to kill and die on your behalf. How is a candidate tested if he brings backup on his right of passage? Not every Krogan can be the strongest warrior, but each must inspire his peers to battle at his side. If the ones who know you best can find nothing worthy in you, you should wander the wastes and die alone before you weaken my clan. We stand with Grunt, as shipmates and comrades. Shipmates are not the same thing. But I grant you aliens your simple interpretation. Aliens don't know strength. My followers are true, Krogan. Everything about Grunt is a lie. You. You dare. Ha 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 ha! I like this human. He understands. I withdraw my denial. This will be decided elsewhere. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. We're ready. Let's do this. Excellent. Wow. Die genau gleiche Szene. Wow, die genau gleiche Szene. Das ist Tachanka's größte scar, die letzte Serpa-City zu fallen in den Rebellions. Das Tachanka war im Herz. Es hat die Kriege überwacht, in der Zeit der Jahre. Es hat die Krohren überwacht, wie die Krohren. Wenn Sie sich mit der Klan-Erdnott betrachten, Sie müssen die Tachanka und ihre Träume betrachten. Was wird passieren? Wer will? Sie müssen adaptieren. Sie müssen nachhaltig sein, egal ob die Situation. Any true Krohren will. Wow. Turbinenteile. Ja, Moment. Aber ich nicht in Eile. Ja. 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 Na. Ja. 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 Nahkämpfer sind. Weil alles, was keine Schäle und keine Panzerung hat, ist gegen mich eigentlich machtlos. Ach, jetzt doch weiter.